Jetzt halte ich nicht alleine, ich bin da. Oh, ich halte es! Oh mein Gott, ich bin so insane! Ich habe das alleine gehalten. Das ist die nächste Stellung. Das ist die letzte. Ich glaube, wir gewinnen das echt deswegen. Ich glaube, wir gewinnen das. Wie ist das hier rein? Das war so gestillt. Da kamen 10 Leute rein, ich mache alles plan. Ja! Guck mal, da kommen alle gleich rein. Das war der Beste, der holt alles. Für SM2 brauchst du einen PC, aber keinen guten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, es ist die MW2 Engine, Jungs. Das läuft auf jedem Toaster mittlerweile. Das sind Opa fragen, ob man noch einen Rechner auf dem Dachboden hat. Das ist alles für Leute, über die musst du den SM2 keine Sorgen mehr machen. Weil Leute, die abfucken an neuen CODs, alle jung sind. Und einfach SM2 nicht kennen. Oder MW2, die haben das nie gespielt. Oder mal als Kiddie und werden nicht mehr klarkommen. Das ist so reiner Skill, ne. Das bringt denen nichts mehr. Nur ein Sniper. Ja, aber ich bin damit auch zu werden. Du siehst es richtig reinlocken. Da wird hier. Absolut krank. Absolut krank. Bisschen. Bisschen. Naja. Halt! Nein! Oh, nicht schon wieder so viele Sniper, man. Vor allem du musst, ihr müsst mal wirklich durch ihre Waffen durchscrollen, Chat. Was für eine Prezis die haben mit anderen Waffen. Hilarious. Das ist insane. Das Auto-Aim mit Snipern macht ihn zur Zeit. Ich kenne nicht einen PCler, der so gut snipet, ne? Ich meine, dann spielen die das Schrott-Game nicht mehr. Hm, wieder Headshot, let's go. Zappel, zappel, Headshot, let's go. Wooo, der nächste Auto-Aim-Snipern. Haben wir noch ein paar? Ich muss nicht die Ludolfs fragen. Haben wir noch ein bisschen lauter, ähm, da? Haben wir da. Da ist der nächste. Das kannst du nicht ausdecken. Das ist so geil. Ey, die gehen schon alle raus. Ich verstehe es. Ich komme gleich hinterher. Wahnsinn, brus. Solche skilllosen Schweine. Wie ich es selten erlebt. Gott, ist das peinlich, Mann. Wer interessieren denn diese Clips? Die Double-Kills, die ihr spielen. Oh, kranker Shit, du. Ja, Jungs, ich bin gleich draußen. Tja, ah ja. Mein Kupik juckt mich an Scheiße, aber... Der Rest ist nur im Sniper, Mann. Das war's. Als ob du jetzt im gleichen Moment überkommst, du Uhrensohn. Oh Gott, Alter, ja. Man guck, Big, wie oft wurdest du schon genuket? Was fackst du denn überhaupt noch ab? Jungs, ich würde ja rauskommen, aber ich gönne es denen nicht, dass die Spaß haben. Ich werde denen keine Streak lassen. Oh Gott. Die Spiegel sind in Bound. Durch das habe ich sie nicht verpunkern. Deine Head glitscht. Der Pringelty Lobby ist so fucking AIDS. Rette dich wenn du kannst. Serious. Bei solch einer Warnabee-Snapper habe ich selten erlebt, oder? Außenweg gering verdienen. Geräusche riechen. Schwerst du auf. Was ist das? Strayfran incoming in New York location. War das wieder einfach, du Dreck-Sniper-Lobby. Und gewonnen, easy. Ihr kleinen Wichser. Oh, wird mir das stinken, Alter. Oh, wird mir das stinken. Oh, ist halt scheiße. Oh, dieses Stream hat viele Highlights. Jetzt erheb ich mich am Arsch. Oh, wird mir das stinken. Oh, wird mir das stinken. Oh, wird mir das stinken.